Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex am Abend, Ihrem persönlichen Markthaus und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler und wir haben heute Freitag, den 18.09.2015. 19.42 Uhr ist es ganz genau und wir blicken auf einen sehr, sehr schwachen DAX. Heute zum Verfallstag, 2,84% ist er im Minus. Der Dow Jones, den Sie hier vor sich sehen, immer noch stark im Minus, aber nicht ganz so stark. Minus 1,23% und Gold und Silber konnten heute allgemein profitieren. Der US-Dollar wurde leicht stärker als solcher. Insgesamt muss man ganz klar sagen, die stärksten Währungen waren heute die Rohstoffwährungen und besonders schwach war der Euro. Lassen Sie uns erstmal hier auf das Ereignis eingehen, was wir heute gesehen haben. Zum einen der Dow Jones. Interessant war vor allem hier, dass der nicht mehr die 16.710er Marke überwinden konnte. Nach Falsch kommt Schnellgriff hier. Das war eigentlich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Aber hier im Dow Jones fiel es mir schwer, die umzusetzen. Aus verschiedensten Gründen. Das hat sich dann aber im DAX als sehr gut herausgestellt. Denn im DAX hatten wir ja gesagt, er ist long, solange er über 10.055 Punkten ist. Und ab 10.055 haben wir gesagt, Shorten bis in den Bereich von 9.880, 9.900 Punkte. Und sicherlich, man ist dann zu dem Zeitpunkt, hat man schon einiges liegen lassen. Aber als er die 10.055 gebrochen hat, ist er hier auch nochmal 200 Punkte gefallen. Und das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Vor allem untergeordnet hat das sehr, sehr gut funktioniert. Das sehen wir hier, Durchbruch, Korrektur. Und nach der Korrektur hat er dann nochmal die Möglichkeit gegeben, mehrfach hier in diese Situation einzusteigen. Also da gab es des Öfteren eigentlich genau gesagt drei Möglichkeiten, noch zukünftige Ausbrüche zu traden. Also der hier, der hier, der hier. Aber auch natürlich nochmal das Pullback. Na ja, dann setzt er eine kleine Stabilisierung rein, kurzfristiger Natur. Und der Markt zeigt sich aktuell durchaus unter Druck. So, und was halt besonders bedenklich ist, ist natürlich, dass es heute ein Wochenschlusskurs ist. Und das ist nicht zu verachten in der Variante. Denn hier wurde eine Konsolidierung nach unten hin aufgelöst. Und das erhöht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir die nächste Woche noch die 9.640 sehen werden. Das zum Thema DAX, was das Thema Dow Jones anbelangt. Wir hatten heute den Abverkauf gesehen. Gut, dann möglicherweise im DAX umgesetzt bei vielen. Ich hoffe, da konnten Sie einiges vom Short mitnehmen. Na ja, und dieser Short ging dann hier bis in den, beim Dow Jones, so ein bisschen im Bereich der unteren Trendlinie, 16.400 Punkte. Da konnte man kurzfristig Longs galpen. Sehen wir hier in der Stabilisierung. Und dann wurde nach der Stabilisierung wieder das Short-Momentum aufgegriffen. Und jetzt wird es natürlich auch vor allem interessant zu sehen sein, ob der Dow Jones unter 16.300 Punkte geht. Weil dann ist auch hier dieses Dreieck nach dem Fehlausbruch nach unten ausgehebelt. Und dann würden sich schnell Kursziele bei 15.980 beziehungsweise 15.540 Punkte ergeben. Das hier, die 16.300, das ist die 10.055 aus dem DAX heute. Und auch da hat man, wie gesagt, gesehen, dass obwohl er zwar schon etwas weiter gefallen ist zu diesem Zeitpunkt, er dann aber nochmal beschleunigte im Short-Momentum. Und die 10.055 war einfach relevant, weil das waren hier diese letzten Tiefs. Wir haben hier deutlich gedreht, was man auch sehen kann an der Ishimoku-Wolke und den gleitenden Durchschnitten. Und genau das eben könnte jetzt hier passieren im Dow Jones. Also ich bin sehr interessiert an diesen Short-Positionen unter 16.300. Naja, jetzt ist er aktuell gerade dran. Mögliche Stabilisierung erfolgt. Jetzt ist es sehr, sehr interessant zu sehen, wie wir hier schließen werden. Denn das wird auch den Kurs der nächsten Woche bestimmen. Schließen wir relativ bullish, erwarten wir nochmal die 16.700. Den Ausbruch könnte man traden. Aber geht es unter 16.300, sieht die Situation dann durchaus anders aus. Bei Silber habe ich ihn auch nochmal mitgebracht, weil Silber hatte ja einige bullische Momente. Und wenn man aber den Wochenchart begutachtet, möchte ich da nochmal auf maßgeblich zwei markante Widerstandszonen hinweisen. Zum einen die 16.60. Das ist die Marke, die momentan hier durch mehrfache Trendlinien der Ishimoku-Wolke aus dem Wochenchart und der WochenEMA 50 gedeckelt wird, begrenzt wird. Und darüber hinaus die 18.90. Bedeutet, erst mit einem Bruch der 19 US-Dollar-Marke hat er Platz bis zur 22er. Und eine Trendwende in Silber offiziell auch bestätigt wäre dann für mich das Ganze mit den Kriterien ab 22 US-Dollar. Erste bullische Impulse frühestens ab 19. Und Sie sehen es auch hier, das was wir momentan sehen, gerade durch den langfristigen gleitenden Durchschnitt. Das ist ein sehr, sehr, sehr langer, der auch gut funktioniert, tausender Wochener Gleitschnitt. Naja, zeigt sich lediglich, wir sind ein bisschen abgeprallt. Aber auch nur von dieser kleinen bullischen Flaggensituation, das müsste man hier unten relativ deutlich sehen. Und mehr ist es aktuell auch gar nicht. Bedeutet auch hier dieses, der gleitende Durchschnitt hat bislang seine Wirkung nicht verfehlt. Also die Woche war durch den FED-Leitzinsentscheid interessant, beziehungsweise aufschlussreich. Die FED geht weg von einer Zinsanhebung hin zu Quantitative Easing 4 und negativen Zinsen. Und das konnte natürlich die Edelmetalle nach oben drücken. Aber wichtig ist eben, dass man sich klar macht, auch das sind kurzfristige Tendenzen, die wir hier hatten. Sehen wir auch schön, die konnte man auch schön wahrnehmen, gerade in der tiefen Konsolidierung. Aber aus übergeordneter Sicht, gerade aus dem Tageschart heraus, ist da noch lange nicht von einer Trendwende zu sprechen. Leichte Impulse ja, aber mehr oder weniger kann es sich auch um so eine Situation hier handeln. Oder um so eine Situation, da ist momentan noch nicht die Messe gelesen, um hier mal den religiösen Kontext oder Vergleich zu bemühen. Von daher, wir werden abwarten, die Indizes unter Druck. Was mich auch noch beim Nestec interessiert, auch hier schreit es jetzt langsam nach einer Korrektur, wäre der Bruch hier unter diesen gleitenden Wolken. Das wäre auch nochmal ein fantastisches Bild, weil das ist so der Klassiker. Jeder denkt jetzt, okay, das ist so ein bärischer Keil, der da irgendwie ausgehebelt wird. Das kann auch gut sein, das mag auch gut sein. Aber wir laufen hier noch gegen starke Widerstände aus bärischer Sicht. Von daher gefällt mir der S&P Short unter 1.945 gut, bis in den Bereich von 1.901 oder eben Dow unter 16.3. Das zum Thema Indizes und Rohstoffe. Dann zum Thema Währungen habe ich drei Währungen parat, US-Dollar, Japanisch, Yen. Momentan in einer schönen Konsolidierung, auch da nochmal mit dem Filter abgleichen. Was mir persönlich hier vorschwebt, ist natürlich die Ausbruchssituation in die eine oder andere Richtung. Momentan wäre ich bereit, den Erstlong zu nehmen, wenn diese Widerstände hier ausgehebelt werden. Ganz, ganz zentraler Punkt überhaupt, weil dann haben wir direkt Platz. Locker 200 Pips, aber er muss diese letzten Widerstände hier brechen. Das ist relevant für mich. Short wäre er erst unter 118, dauert also noch ein Stückchen. Aber was ich eigentlich haben will, ist, wenn er das da oben triggert, berührt, auslöst, dann haben wir Platz bis zu den letzten Tiefs. Mir geht es eigentlich nur um die Strecke hier oben, was er dazwischen macht, ist völlig egal. Oder die hier mit dem Bruch der letzten Tiefs auf das Momentum. Das ist hier diese Geschichte. Das heißt, ich will versuchen, nur hier von was abzuschneiden. Es sind beides immer 170 Pips, das ist okay. US-Dollar-Cut genauso, temporär zwar durchgebrochen, aber die starken Umkehrsignale an der 50er-Tages-EMA sind nicht zu verachten. Und da liegt auch die Ishimoku-Wolke, die kurzfristige. Kann jetzt hier weitere Impulse ausbilden. Und da wäre ich natürlich dann geneigt, auch das nach oben hin zu traden. Hat zwar kurz die H4-Range verlassen, keine Frage, aber nichtsdestotrotz darf man den übergeordneten Trend nicht ignorieren. Von daher, Long-Up 1,3370 ist noch interessant. NZD US-Dollar ebenfalls mit hier der Variante bei 0,6521. Und Out US-Dollar ist jetzt so ein Punkt, prinzipiell ist er hier eigentlich schon short. Also wenn er hier nicht dreht, dann hat er direkt noch ein bisschen Platz nach oben und natürlich zur großen 76er. Aber so alles in allem muss man sagen, diese zwei markanten Widerstandszonen sind jetzt vorhanden. Und wenn er jetzt nach unten hinweg klappt, wäre das hier sehr vorteilhaft. NZD US-Dollar hat eben noch ein bisschen Platz, den würde ich erst bei 0,6510 dann initiieren. Na gut, die Situation in den Indizes also bärisch nach dem gestrigen Fehlausbruch. Nach falsch kommt schnell, behalten wir da im Hinterkopf. Das gleiche gilt auch für den DAX. Und wenn es jetzt hier im DAX unter die 9.850 geht, wäre der Short nochmal bis in den Bereich von 9.500 relevant. Kurzfristige Short-Marken, falls er sich erholen sollte, 10.065 und die 10.160er Marke. Also da, nicht ganz so. So, das heißt entweder hier nach einer Erholung nächste Woche oder eben dann hier oben so 10.200, 10.160 in dem Bereich. Machen wir es da nochmal, falls dann wie gesagt Erholungen kommen. Einmal hier und einmal hier. Gut, meine Damen und Herren, das war es von meiner Stelle. Aus Ihnen ein angenehmes Wochenende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.